Hallo und jetzt bin ich wieder zurück zu einer neuen Folge von Porto Horizon 2 presents The Fast and the Furious So weiter geht's Ich frage ich, es muss ein zweites Event eigentlich Wollen wir kurz reingucken So, ich glaube hier oben ist der, ne? Jo Da gab's noch was anderes zu holen Den anderen Event gab's gar nicht mehr, ne? Ne Ok Aber das ist ja 3-2, stimmt ja, passt ja In 400 Metern, rechts halten Rechts halten Gas geben Jungs, Gas geben In 400 Metern nach links abbiegen Nach links abbiegen Rechts abbiegen Das ist mein Geist, kann alles mitnehmen, was geht's Nach links abbiegen Nach links abbiegen Nach links abbiegen In 400 Metern nach rechts abbiegen In 400 Metern nach rechts abbiegen Rechts abbiegen Rechts abbiegen Rechts abbiegen Rechts abbiegen Rechts abbiegen Es ist ok, es ist ok, ruhig dann, ruhig dann, ruhig beim Sie haben Ihr Ziel erreicht Deine Entscheidung, Mann. Ja, wir lassen die Jeep mal außen vor. Ich finde die nicht so geil zum Fahren, ehrlich gesagt. Geländerin. Offroad in seiner extremsten Form. Diese Rennen gehen gerne mal ganz schnell in die Hose. Also gib alles. Nur der Sieg zählt. Ich bin vielleicht jetzt verpokert. Alter. Alter. Hier geht halt gar nichts mehr mit zusammen. Ja, Alter. Dräng mich ab, Alter. Du bist auch so ein Typ, Alter. Dräng mich ab, auf jeden Fall. Alter. Nie. Whoa, Alter. 44%, das geht gerade noch so. Du liegst vor ihm, sorg dafür, dass das bis zur Ziellinie so bleibt und wir haben es geschafft. Ja, liege ich vor ihm? Ernsthaft? Gib Gas hören. Nein. Noch weiter. Noch weiter. Gut, 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 es war alles super. Also, nicht super. Puh, das war jetzt ein Hausstück Arbeit. Krass, 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 krass. Aber wir haben das gerade noch so gelöst. Puh. Hey, sieh dir doch mal Forza Hub an. Da kannst du auf Forza Belohnung zurückgreifen und alle aktuellen Neuigkeiten erfahren. Okay, du findest ihn über das Pausenmenü. Alles klar. Aber erstmal will ich zum Fuhrpark und mir dann einen geileren Wagen holen. Der Plymouth Cuda. Das ist ein echter Klassiker. Was machen wir mal? So, das macht dann fünf von zehn. Die Hälfte haben wir schon mal. Aber ich finde die Wagen auch nicht so geil. Dann bin ich wieder da sieben. Ich habe ein paar neue Hinweise für dich. Du findest sie auf deiner Karte. Alles klar. Begeben wir uns mal. Was ist das? Uh, McLaurin P1. Hammergeil. Da war nichts wie hinter. Na, McLaurin wird es frei? Wenn möglich, bitte wenden. Und gar nichts so weit von hier. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Ach, jetzt nach links abbiegen. Wenn möglich, bitte wenden. Sie haben ihr Ziel erreicht. So, dann drehen wir mal ganz schnell bei hier. Und erledigen das Rennen noch in dieser Folge. So, ich hoffe, ich kann das mit dem Nissan bestreiten. Diese Sache, du weißt schon, wird jetzt konkret. Kennst du den neuen McLaren schon? Tja, das wirst du bald. Du trittst nämlich gegen einen an. Um Fahrzeugbriefe. Vermassle es nicht. Tu ich nie? Fertig. Fertig. Ah, das ist ja schon mal der McLaren. Hey, denk dran, dass du bei dieser Veranstaltung Lachgas einsetzen kannst. Nur keine Zurückhaltung. Setz es zu deinem Vorteil ein. Oh, Alter, das war nur immer ich bei, man. Oh, Alter, mit dem, mit dem, mit dem. Oh, Alter. Oh, Alter, ruhig werden. Du links vor ihm. Sorg dafür, dass das bis zur Ziellinie so bleibt und wir haben es geschafft. Gut gemacht, Boss. Das wäre sehr ungut gerade. Da bin ich zu viel gekommen. Das war's für heute. Gut, das hätten wir auch erlebt. Er hat nur was bei mir markiert. Ne ist das gar nicht. Was ist das hier? Wenn möglich, bitte wenden. Sie haben ihr Ziel erreicht. Schicker Schlitten, aber leider nicht für diese Veranstaltung geeignet. Möchtest du ins richtige Auto steigen? Diese McLaren sind nicht gerade günstig. Also tu mir bitte den Gefallen und bring ihn in einem Stück zurück zum Fuhrpark, okay? Du musst dich beeilen. Ich habe noch andere Dinge zu erledigen. Willst du mir das? Äh, wie komme ich denn jetzt wieder weg? Alter, ich habe noch zwei Minuten. Ich weiß gar nicht, dass es in die Wallachai geht. Ich weiß gar nicht, dass es in die Wallachai geht. Ich weiß gar nicht, dass es in die Wallachai geht. Ich weiß gar nicht, dass es in die Wallachai geht. Ich weiß gar nicht, dass es in die Wallachai geht. Was ist das? Du hast dir echt Zeit gelassen, Alter. Aber wenigstens ist er hier. Warst du Zeit gelassen? Ja, ich hab das geschafft. Was willst du für mich? Der Wagen ist so verfick geil, ey. Der hat voll das geile Gefühl gehabt. Hat richtig, richtig Bock gemacht. Der McLaren P1. Mann, das Ding geht ab. Das macht dann 6 von 10, ne? So liebe Leute, ich mach noch einen Folgen. Dank mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Und tschüss.